Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen der beliebtesten Herrendüfter aller Zeiten und da kommen wir zurück zu einem Basic und das ist der Tom Ford Tobacco Vanille. Und ich möchte euch heute einfach mal gerne so meine ehrliche Meinung zu diesem Duft hier sagen und euch erzählen, warum ihr dieses Parfum braucht oder vielleicht auch nicht. Und einfach ein bisschen was allgemein zu dieser Preisstruktur von Tom Ford verlieren und was ihr eben für euer Geld bekommt. Und solltet ihr euch dafür interessieren, den Tom Ford Tobacco Vanille zu kaufen. Und da ich weiß, dass das einige Leute erreichen wird, die meinen Kanal noch nicht kennen, hier an dieser Stelle auch nochmal der freundliche Hinweis. Wenn ihr euch für Parfum interessiert und ihr möchtet mehr von diesen Themen sehen, dann abonniert gerne diesen Kanal, denn hier gibt es wirklich wöchentlich neuen Content zum Thema Parfum. Also zunächst mal Tom Ford Tobacco Vanille. Ein paar Randdaten gibt es schon seit 2007. Ist auf Platz 6 aktuell der beliebtesten Herrendüfter aller Zeiten, was ein unfassbar großes Kompliment ist, wie ich finde. Denn dieser Duft hier ist als Designerduft wirklich einer der ersten gewesen, die den Schritt gewagt haben in eine sehr experimentelle und wirklich auch gewagte Richtung. Dafür, dass es eben 2007 rausgekommen ist. Inzwischen haben wir wirklich allerhand tolle Nischendüfte. Wir haben Xerjov, wir haben Parfum de Mali. Und 2007 war das Ganze noch ziemlich in den Kinderschuhen und da war Tom Ford somit einer der großen Namen, die wirklich auch für Qualität standen und dieses exklusive Nischenthema versucht haben rüberzubringen. Obwohl es natürlich ein Designer ist und damit nicht Nische per Definition, aber das ist ja jetzt erstmal im Grunde genommen egal. Ihr bekommt hier einen Duft, der genauso riecht wie das, was drauf steht. Das heißt Tabak und Vanille ist hier der Hauptspieler und das bedeutet, dass ihr einen Duft habt, der auf der einen Seite eine ganz leichte Süße hat, aber nicht zu viel. Denn mit Vanille verbinden alle eigentlich immer Süße, aber es ist eigentlich eher so eine holzige Note. Und auf der anderen Seite hast du diesen Tabak. Das heißt, du hast einen Duft, der auf der einen Seite eine gewisse Süße hat, hauptsächlich durch den Tabak, weil Tabak an sich eine gewisse Süße mitbringt. Vanille auch, aber du hast eben vor allen Dingen diesen Tabak und dieses sehr elegante und samtige, was die Vanille dann eben beisteuert. Das heißt, leicht holzige Noten, die vielleicht auch so einen cremigen, samtigen Charakter haben von der Vanille, plus dann eben die Süße von dem Tabakblatt und diesen charakteristischen Tabakakkord, den man in so vielen Düften wie zum Beispiel auch Naxos von Xerjov findet. Was für mich hier außerdem noch eine große Rolle spielt, ist das Thema Kakao. Zu meiner Überraschung war das auch in den Duftnoten gelistet, aber ich finde, dass vor allen Dingen in diesem Opening, also am Anfang, in den ersten paar Minuten, der Duft sehr deutlich nach Kakao riecht und einen wirklich schönen, dunklen, kakaoartigen Einschlag hat. Das heißt eben Tabak und Vanille und am Anfang hast du hauptsächlich noch ein bisschen Kakao mit dabei, was das Ganze in eine sehr dunkle Richtung zieht. Ich finde den Duft nicht sehr süß, verglichen mit vielen Klonen, die es davon gibt, wozu ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen möchte, wenn es darum geht, ob sich der Kauf von diesem Duft auch heute noch lohnt. Aber es ist eben ein relativ unsüßer Duft, wie ich finde, verglichen mit anderen Düften, die deutlich süßer werden können und der lebt wirklich vor allen Dingen von diesem Tabak und Vanille und viel mehr ist da eigentlich auch nicht drin. Was das Parfum Bar besonders macht, ist meiner Ansicht nach seine grandiose und starke Performance, denn nicht nur hält es sehr lange auf der Haut, 12, 14, 16 Stunden sind da keine Seltenheit, sondern es hat auch eine extreme Strahlkraft. Das heißt jedes Mal, wenn man diesen Duft trägt, und das reicht auch, wenn du es nur am Handgelenk hast, riechst du den wirklich die ganze Zeit und der ist wirklich raumfüllend und intensiv. Das heißt wirklich ein tolles Parfum für die kühlen Tage des Jahres, das heißt Herbst, Winter oder wenn du auch zum Beispiel rausgehst und wirklich auch darauf angewiesen bist, einen starken Duft zu tragen. Da ist Tobacco Vanille für mich wirklich immer noch ein sehr, sehr guter Begleiter. Warum immer noch? Naja, weil die DNA ehrlich gesagt ziemlich zeitlos ist und man hier auch etwas geschaffen hat, was diese ganzen Änderungen bei Tom Ford, also die ganzen neuen Düfte und hier wird ein Duft günstiger gemacht und irgendwie rausgenommen aus dem Sortiment. Tobacco Vanille hat das überlebt, weil es einer der Topseller ist und auch immer noch tatsächlich sehr gut funktioniert. Deshalb kann ich diesen Duft grundsätzlich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt natürlich aber auch einige Klone, die man kennen sollte, denn ganz ehrlich, nicht jeder möchte 250 Euro für so ein Parfum ausgeben und auch diese Preiserhöhungen von Tom Ford sind nicht an Tobacco Vanille vorbeigegangen. Das heißt, dieser Duft hier ist auch deutlich teurer, als er es früher einmal war und das ist natürlich etwas, was sich nicht jeder leisten möchte. Das heißt, ja, es gibt Klone da draußen, meiner Ansicht nach kommt aber nichts wirklich an diese Komplexität ran. Es kommt auch nichts an diese Unsüße der DNA dran, weil viele Klone einfach viel zu süß oder viel zu würzig sind. Und wer darauf aber verzichten kann und wem das nicht ganz so wichtig ist, dass es eins zu eins riecht, der findet natürlich auch viele tolle Alternativen im günstigeren Segment dazu. Aber für mich persönlich wirklich auch von der Haltbarkeit her und von diesem Kultstatus her ein Duft, der immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Und wer darauf wirklich nicht verzichten möchte und mit dem Preis nicht ganz zurechtkommt, der kann natürlich auch gerne mal im Second Hand schauen, also bei gebrauchten Flakons. Allerdings hier bitte auch vorsichtig sein, weil diese Flakons nämlich sehr gerne geklont werden, genauso wie das auch bei Tuscan Leather zum Beispiel der Fall ist, was ja auch so einer der beliebtesten Tom Ford Düfte aller Zeiten ist. Aber ja, das ist meine Meinung zu Tom Ford Tobacco Vini. Für mich persönlich einer der Düfte, die wirklich auch dieses ganze Thema Parfum auch in Deutschland sehr stark geprägt haben und der auch immer noch sehr gut im heutigen 2023 funktioniert. Falls ihr noch eure Gedanken mit mir teilen möchtet zu diesem Duft, tut das gerne in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf euren Input und ansonsten freue ich mich darauf, was ihr zu diesem Parfum zu sagen habt. Lasst den Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.